Yo Leute, zurück! Und jetzt fliegen wir! Gott, können wir auch hochfliegen? Ah, okay, auf Leertaste. Ähm, benutze die Bewegungstaste um... Ja, das Fliegen ist ja schon mal gewöhnungsbedürftig. Ah, okay, wir haben auch Granaten, sag ich, Raketen. Darius, die Route zum Sgt. Winters ist in der Nähe des Sturzs. Ach, die Rakete teilt sich, okay. Das ist natürlich auch nett. Ich sollte das Ding vielleicht gleich von oben abschießen, damit auch wirklich die ganzen Aliens down sind. Hä, wieso sind das immer noch ganz? Scheiß Alien-Zeugs. Zu Winters. Okay. Ah, wie nice ist das denn? Wir können jetzt mit dem hier so in den Krieg ziehen, oder was? Mehr oder weniger in den Krieg. Da oben kann ich ja wohl nicht hin. Äh, unten, meine ich. Was rede ich heute wieder für ein verbeiltes Zeug? Dann gehen wir halt hier hin. Ah, hier müssen wir sogar kaputt machen. Wo muss ich denn hin? Ah, hier kann man es sehen. Das ist cool, dass das Navi jetzt auch funktioniert. Das ist so ein Allzweck-Navi hier. Okay. Können wir was in die Luft jagen? Jag hier einfach alles in die Luft, warum nicht? Generator oder sowas? Nö, einfach nur ein Haus. Na ja, Haus. Objekt, was auch immer. Das sind ja wohl auch nicht unsere Leute. Und tschüss. Hä, die Brücke ist nicht kaputt? Wie kann das denn sein? Sind das unsere? Ja. Hier ist noch einer. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Guck grad mal. Ah, okay, hier. Ich baller einfach mal voll in die Alien-Menge. Ah, okay, wir müssen hier verteidigen. Wo ist denn der? Okay, den hätten wir auch. Zu Winters. Winters ist wo? Ach, hier. Oh. Hier holen wir uns natürlich die Punkte. Also Punkte. Das Zeug hier. Aber wir kriegen tatsächlich Punkte. Die, die wahrscheinlich einfach runterfallen würden, können wir jetzt einfach so mitnehmen. Das ist natürlich auch nett. Sieben Ziele haben wir zu zerstören. Okay. Oh. Hier geht's ja direkt ganz ab. Das war echt doof geschossen. Das war's immer noch nicht. Bitte. Das muss echt komplett im Arsch sein. Ah, die Viecher können ja auch an der Wand laufen. Stimmt ja. Eins. Oh, 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 oh. Da hat mir der jute Robby aber besser gefallen. Muss ich sagen. Shit. Okay, ich glaube, jetzt bin ich down. Na, das Schild baut sich wieder auf. Das war wieder so doof geschossen, weil die Teile, die Teile, mein Gott, was ist mit meiner Bedohnung, weil sie sich das ja auch immer wieder meint, zerteilen zu müssen. Ach, komm, hier. Geht das kaputt? Naja, ne? Naja, nicht komplett, aber ausreichend. Ich finde ein bisschen schade, dass wir das hier nicht runterschießen können, sondern echt die Raketen nehmen müssen. Also gezwungen sind, die zu nehmen. Okay. Ah, guckt euch das an. Wir haben fast die 25.000 voll. Dann kriegen wir das auch noch. Einmal hier oben drauf gefeuert. Bam. Und dieses eine Teil. Und tschüss. Jawohl. Wie könnt ihr es wagen? Bam. Oh Gott. Ich bin aber auch echt nicht gerade der beste Schütze, beziehungsweise Flieger. Okay. Das war's doch. Ja, wollte ich das sagen. Geht die Plattform hier nicht weiter kaputt? Schade. Nicht wichtig. Gucken wir mal. Wir müssen ja ganz klar weiter. was ist das denn? Mason, wir brauchen dich. Kein Zeit, Sam. Show mich. Oh. Guck mal an. Ich kann ja auch durch. Okay. Ah, wie geil. Wir können ja einfach mitnehmen. Darius, was zur Hölle machst du? Der Weg war blockiert. Wir haben einen Schottkuss. Der Schottkuss hat dich direkt durch den Hauptkraftwerken. Oh, shit. Wenn du die Semi-Konduktor hast, dann wird dir dein Schiff verhörst. Sam, Gott wird dich informieren, aber du hast erst gesagt, dass du die Route zuerst nehmen hast. Das klingt nicht wie du überhaupt. Ich bin down. Scheiße. Kacke, Mann. Heil dich doch mal. Gibt's doch gar nicht. Ach ja, komm. Hinter mir. Überall. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, hier. Gott. Was macht der denn? Oh Gott, wie wir fliegen. Oder ich. Ihr seid ja wahrscheinlich viel besser am Fliegen als ich. Ah, da geht's hin. Weg. Nee, da geht's nicht hin. Da komme ich nicht rein. Okay, das wäre erledigt. Wie soll ich da reinfliegen? Da bin ich doch direkt kaputt. Muss ich hier was deaktivieren? Soll ich einfach mal reinfliegen? Ah, wir hätten... Ah, wir müssen durch diese Lücken fliegen. Geht'n hier ab. Ah, Moment, Quatsch. Warum denke ich denn nicht selbst daran? Wir können die Sachen doch einfach in die Luft jagen. Super, jetzt kann ich hier noch ballern, aber ich stürze ab. Oh, oh, nicht ins Feuer. In die Lava. Ins Magma. Was auch immer. Oh, oh, wie praktisch. Okay, wir müssen irgendwas machen. Ah, die Brücke zerstören. Okay. Zerstören können wir ja tatsächlich sehr gut. Oh. Diesmal aber auch wirklich was schön Großes. Das ist ja schon fast schade, dass wir mit dem... ...mit dem hier arbeiten müssen. Ach, komm, hier. Geh down. Scheiß Alien-Schrott. Na, komm. Wir können ja leider nicht draufschießen, das bringt ja nichts. Ach, komm, von was wird die gehalten? Von dieser einen Seite, oder was? Die ja jetzt auch im Arsch ist. Da, diese eine Seite. Wahrscheinlich. Okay, jetzt. Hö. Ah, jetzt. Okay. Seite 1 und Seite 2. So, was hast du auf dem Holorekorder gefunden? Was für ein Wunder? Ja. We know how to stop them? The Bugs? Yes. But it's not gonna be easy. It never is. Alte Freunde, ältere Feinde. Ja, das stimmt wohl. If you've got a plan, that's it. This is what the Archivist called the Backdoor. A secret tunnel that leads straight to the central mind. The Queen. It's not only Jacobitz. All of this was built to redirect the flow of Magma and bury the path. So, we take that out. Right. Destroying the machinery lowers the Magma and reopens the tunnel. And how do you plan on getting there? The barge at Marathon Station still works. Darius can take his... Operating the barge requires two people. Hey, if you shoot, I'll buy it. Roger that. Once we clear the path, we'll need some serious firepower. There's one stash nearby. If your men cover me, I can grab this and meet them at the lava pool. All right. Let's get to it. Frank, ready to roll? Hurry, you're going to ask something before I met. We got everything we need. Also, ich find ja die Story bis jetzt eigentlich ganz cool. Immer noch. Meinte der nicht gerade was von fahren? Wir können uns natürlich auch verbessern. Ah, jetzt haben wir auch den letzten Ring. Okay, Gesundheit nehmen wir mit. Das verstärken wir natürlich auch noch. Und... Was war'n das hier überhaupt? Die Schutzhöhle lenkt... Ach, brauche ich nicht. Wenn du fallen gehören... Ach, das ist natürlich nicht schlecht, aber... Jetzt haben wir auch gar keine Energie mehr. Von daher... Hä? Da stand gerade, wir hätten noch 3000. Wartet. Ach, Moment, nein. Welche Waffe habe ich jetzt? Nicht das Nano-Gewerch, das Sniper. Ach so. Ich muss eh ans Geschütz. Bleib frostig. Das ist supposed to be funny. Hä? Ah, das sind schon Raketen. Ist ja doof. Ich dachte, das wäre jetzt... Wir hätten noch einen Sekundärschuss, hab ich gedacht. Oi, 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 oi. Over there! I got them. Die Raketen sind auch nicht in der Lage, diese Dachen hier kaputt zu machen, oder? Das ist irgendwie doof. Damit wären wir ja doch wahrscheinlich besser beraten, oder nicht? Das können wir auch nicht zerstören. Wir können das auch nicht verlassen. Ah, das ist... Ist das doof. Muss ich jetzt vom Geschützturm weg und das in die Luft sprengen? Oh, das muss repariert werden. Wie soll ich da hinkommen? Ja, manchmal muss man sich auch einfach mal umgucken, ne? Hier sind überall Gegner. Ja, Audiolog. Audiolog. Herr damit. Was hab ich denn hier für Waffen, oder? Das war der Granatwerfer, oder? Ich weiß gerade nicht so ganz... Ne, Moment. Hier hab ich wohl diesen Granatwerfer dabei, den ich gar nicht haben will. Äh, wir nehmen natürlich dann wieder das Sniper mit. Harry! Was ist falsch? Alles versucht mich zu töten. Das ist, was falsch ist. Shit, ich bin fast tot. Zwei Prozent. X. Munition mitnehmen. Leben aufladen. Punkte holen natürlich. Nicht vergessen. Gott, nervt mich das. Dass ich dann wahrscheinlich bei meinem Glück immer wieder runterfalle. Sag ich doch, wenn man davon spricht. Das ist doch verhext. So. Mir ist übrigens aufgefallen, ich sag immer, bis gleich. Aber der Part kommt ja erst am nächsten Tag online. Aber, keine Ahnung, ich hab mir das voll angewöhnt. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Okay. Geh weg, du stinkst. Okay. 1100 haben wir. Brauchen wir ja nur noch 400 mehr, ne? Ja, Moment, wir können ja auch hier rüber, ne? Ja, knapp, aber wir haben es geschafft. Ich werde mal einen Cut machen, dann melde ich mich einfach gleich zurück. Ja, seht ihr? Wieder Angewohnheit. Ich melde mich dann morgen bei euch zurück. Und ich nehme jetzt aber noch auf. Also, bis dahin. Und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen. Ich habe eine lange Zeit.